Willkommen zu einem neuen Video. Dritter Aufnahmenversuch, ich bin kein bisschen Tilt. An der Stelle danke Tim, ich hatte eben eigentlich einen so gut wie perfekten Aufnahmenversuch und den hat Tim dann gecrashed. An der Stelle nochmal danke an dich. So, heute soll es mal darum gehen, was ich von der MissDNA Thematik halte. Dazu wurde ich in meiner Insta-Story, habe ich so ein Sticker-Dings, wo man mich halt einfach zuspammen kann, wie man lecker lustig ist, gemacht und da hat jemand gefragt, ob ich ein Video zu der Thematik machen kann und zu meiner Meinung darüber. Deshalb hier dein Video. Und ich muss sagen, ich glaube ganz ehrlich, dass diese ganze Sache, da ist nichts krasses hinter, um ehrlich zu sein. Alles fing an mit zwei Videos oder so, die er vor ein paar Tagen hochgeladen hat, die habe ich nicht gesehen, deshalb kann ich mich da linklich auf Aussagen von anderen YouTubern beziehen. Da gab es dann, es gibt tatsächlich ziemlich viele behinderte Theorien dazu, weil es zu sein sind die kernbehindert. Ähm, Theorien wie, dass er sich das Leben nehmen will, oder dass er tot ist, oder dass er vor der Polizei nach Russland geflüchtet ist. Die gibt es alle, aber die halte ich alle für Schwachsinn. Einfacher Grund, ähm, wenn er sich das Leben nehmen will, der Fakt, das ergibt eigentlich so ein Nullsinn an und für sich. Er hat schon Videos gemacht, wo er gesagt hat, dass man sein Leben leben soll. Ähm, und dass es nichts gibt, was einem sowas zerstören kann, wirklich. Ähm, und da muss ich sagen, glaube ich einfach nicht dran. Ähm, Malice Design hat, glaube ich, auch der YouTuber so motiviert, wie er das mitgeteilt hat. Ähm, der YouTuber, von dem ich die Theorie habe, hat, glaube ich, selber nicht so wirklich dran geglaubt. Ähm, ich würde mal sagen, ich mache da einfach ganz kurz ein bisschen Uncut, weil ich möchte das jetzt einfach so einmal durchklappern. Ähm, und, ähm, ja, ich muss einfach sagen, ich glaube nicht, dass es irgendwas, dass irgendwas Krasses in der Richtung entsteht. Auch, dass er von der Polizei geschnappt wurde oder sowas. Ähm, ich meine, er hat in seinen Videos schon so, ich weiß nicht, wie man das nennt, so, dass er dann zu, äh, dass man zu verlassenen Orten gegangen ist, da irgendwie einbricht und da die Nacht verbringt oder sowas. So was halt im Grunde genommen eine Overnight Challenge, ähm, wie man es aus dem englischen YouTube schon kennt, wo die Leute da einbrechen oder Apparatstyle. Ähm, nur, dass es halt jetzt nicht irgendwie bei, keine Ahnung, äh, Mediamarkt Ikea sonst wo ist, oder beziehungsweise Technikmarkt, beziehungsweise, äh, Möbelhaus XY natürlich, ne. Ähm, sondern das ist halt einfach, ähm, lediglich bei, also irgendwo, wo es halt auf keinen Fall irgendeinen Personenschaden oder sonst was geht, äh, keine Personenschaden kannst du schon geben, wenn die sich maulen. Aber, ähm, wo es halt nicht so ein Sachschaden oder sowas groß entstehen kann, ähm, hat der auch ein Video zugemacht und sowas. Aber bis er dafür im Knast landet, dauert es lange und dann kommt die Frage, ähm, wer hat die Videos dann wieder ongestellt und so weiter, wenn er im Knast ist und wieder, äh, der hat die ongestellt, wieder runtergenommen und so weiter. Ähm, also daran glaube ich auch nicht. Dann gibt es die Theorie, dass er tot ist, die halt hier ohnehin schon, äh, das ist ohnehin meine absolute Lieblingstheorie, weil, gleiche Frage und ich glaube nicht, dass irgendein Verwandter sich dann hinstellt. Ähm, und ich meine, er hat auch auf seinem Instagram schon ein letztes Video für den 1. November angekündigt. Ähm, ich glaube, um ehrlich zu sein, immer noch nicht, dass irgendwas hinter dieser, hinter diesen Theorien, von wegen er ist tot oder sonst was steckt. Ähm, es gab auch die Theorie, dass er vor der Polizei nach Russland geflohen ist. Halte ich auch für kompletten, äh, Schwachsinn. Ähm, ich kann einfach nur sagen, ich glaube, er hat keinen Bock mehr auf YouTube, das hat man schon länger gemerkt und ich glaube auch, dass er die letzten Monate, wo er YouTube gemacht hat, ähm, es mehr fürs AdSense-Konto als für irgendwas anderes gemacht hat. Ähm, und dementsprechend, ich glaube nicht, dass irgendwas Schlimmes mit ihm passiert ist oder sonst was. Ich glaube, er hat, er hat es fürs AdSense-Konto gemacht oder macht es auch immer noch fürs AdSense-Konto, ähm, ich meine, er hat halt teilweise Dinge gemacht, wie ein Experiment, wie viel er in kürzester Zeit verdienen kann. Ähm, wo er dann viermal Werbungen und 10 Minuten Eins-Videos, äh, gemacht hat, kann ich einfach letzten Endes sagen, ich könnte mir echt gut machen. vorstellen, dass er halt einfach sagt, so mehr oder weniger, yo, ähm, für mich ist jetzt so im Grunde genommen der Hype durch, ich versuche jetzt nochmal Geld zu verdienen und dann bin ich raus aus der Nummer. Ähm, könnte ich mir ziemlich gut vorstellen, dass er sowas machen würde, weil ich meine, man hat viel gemerkt, man, er hat, ähm, Real-Life-Stories erzählt, die keine richtigen Real-Life-Stories waren, weil sie einfach, ähm, nicht so erzählt wurden, wo er es im Grunde genommen auch mehr oder weniger schon, er hat halt schon so mehr oder weniger erzählt. Eine Real-Story, die eben auch ähnlich ist, aber halt nicht, dass das einen Titel geschrieben hat. Dementsprechend, ich glaube durchaus, dass es für ihn, ähm, nur darum ging, ähm, sich schön um sein AdSense-Konto zu kümmern und ich glaube auch, ich könnte ihm auch vorstellen, dass er dann irgendwie sagt, ja, das war ja so toll und mir haben so viele Leute gesagt, dass ich doch weitermachen soll, weil sie so traurig sind, wo ich dann halt einfach sagen muss, ähm, dass ich mir vorstellen könnte, dass er dann einfach wieder weitermacht. Ähm, aber das steht alles in den Sternen, da werden wir wahrscheinlich, ähm, irgendwo um den 1. November rum was hin, aber er hat auch schon oft gesagt, dass er glaubte, dass er nie wieder YouTube machen wird oder sonst was. Also, wie gesagt, ich kann dazu nicht groß was sagen, ähm, ich glaube nicht, dass ihm irgendwas zugestoßen ist oder so, ich weiß nur, dass dieser Typ mir ultra auf die Eier geht hier. Ähm, wie gesagt, ich kann dazu nichts sagen, es ist einfach so, wie es jetzt ist im Moment, so was auch die Informationen, die wir haben, angeht. Ähm, wir werden es sehen, also ich halte Dings wie das ist, äh, dass er sich umgebracht hat oder sowas. Das halte ich ja für größten Quatsch, E-Mails zu sein. Ähm, ja, also, wie dem auch sei, hinterfragt alles, was ihr im Internet hört, das ist eigentlich so das Beste. Hinterfragt alles, was ihr in der Bildlist bitte dreimal. Ähm, Bro. Schon mal Wasser gesehen? Ähm, ja, wie dem auch sei, ich würde mal sagen, das war's dann von hier. Ja, vielleicht kriege ich noch einen Ausraster, das möchte ich euch dann, ähm, ersparen, Junge. Dieser Typ ist das ein... Junge, was ist das für ein Autist, ey? Ja, also, wie dem auch sei. Äh, ich lasse es jetzt mal an der Stelle hier sein. Ähm, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass da irgendwas Schlimmes passiert ist. Ähm, hinterfragt sowas einfach, ähm, dem Ende, dann würde ich sagen, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ähm, die letzten zwei Minuten waren so inhaltslos, fällt mir gerade irgendwie auf. Bis dahin. Ciao!